Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Starfield. Ja, ich habe froh heute mit euch mal vielleicht wieder eine Mission anzufangen, also sogar eine größere. Vielleicht fangen wir sogar direkt von der Freestar Collective mal an. Also die Quests machen. Vanguard haben wir ja schon durch. Da ging gerade sehr, sehr schnell. Wir haben ja hier ein paar. Beziehungsweise die Feuerprobe müssen wir noch fertig machen. Komm, wir machen das mal weiter. Die Quest können wir mal... Mein Schiff ist immer noch da hinten. Ja, super. Dann rennen wir mal da hin. Aber dann machen wir das mit Altair eben fertig. Altair 2, glaube ich war das. Und danach vielleicht, äh... Gucken wir mal. Vielleicht, äh... Machen wir das mit der Freestar Collective mal. Die eine Quest. Oder Questreihe. Mit Ryujin wird ja ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Da müssen wir einige Skills für haben. Deswegen lassen wir das mal pausiert. Und machen das irgendwann anders weiter. Wenn wir mehr Skills in Schlösserknaken zum Beispiel haben. Vor allem, man muss hier ja für die Skills wirklich gezielt alles... Ja, ähm... Hier lernen auch. Wenn wir das mal ansehen. So. Hier, da muss man ja... Hier zum Beispiel... Zerstör 5 gegen die Schiffe, während du dich im Zielmodus befindest. Hier zerstör 15 Schiffe. Den könnten wir wieder ausbessern. Hier für Ursache 1000 Schaden. Und so weiter. Da muss man alles gezielt lernen. Aber das werden wir alles noch machen. Das werden wir alles noch hinkriegen. Und schauen, dass wir das alles irgendwie maximieren. Und es gibt ja hier so viele Planeten, wo man hingehen kann. Wo man alles mal skillen kann. Wir haben ja nur einen Bruchteil. Von dem erkundet und gesehen, was das Spiel eigentlich hat. Wieso guckt er immer wieder nach... Der guckt immer wieder nach links. Ui. Ruckel. So. Und abheben. Dann machen wir mal mit der Quest. weiter. Ich bin bereit. Coral. Hier ist aber auch ein schwerfälliges Schiff, was wir hier haben. Das ist nicht gerade wendig, muss man auch sagen. Orbit erreicht. So. Da wollen wir hin. Und gehen los. Ich freue mich schon, sobald wir auch Klasse C Schiffe fliegen können. Ich will aber auch viel zu viel hier skillen. Viel zu viel lernen. So. Unsere winzige Blechbüchse voll fragiler Menschen wurde durch die Sterne geschleudert. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. So. Aufstehen. Und ... Hoffentlich treibt Korra keinen Unfug. Ja, wir gehen direkt runter. Da sitzt auch die Sarah. Die hätte jetzt aber auch lange nicht mehr mit uns reden wollen. Also uns irgendwas erzählen wollen oder geben. Ach, hier gibt es Sauerstoff. Okay. Und da müssen wir hin. Sarah, da ist sie. Die hat aber nicht ihren Raumanzug an, so wie wir. Ich finde es super, dass wir jetzt für die Waffe über 1000 Schuss haben. Autsch. Okay, wir haben 1,34 Schwerkraft hier. Habe ich überhaupt, äh, meine Metall leer gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben aber auch nicht den Platz dafür. Äh, schalte die Spacer im Forschungslager aus. Ja, das haben wir auch vor. So. Das Ding hat aber auch... Ne? Ah, ich lad mal alle nach. Der hat ein Zielfernrohr. Okay. Okay. So, mal gucken, ob wir welche sehen können. Da haben wir den ersten. Nein, komm. Drauf zu laufen. Ach, komm. Was? Wird nix damit. Dann machen wir das auf die Art. So, einmal alles mitnehmen. Aber die Waffe feiere ich. So, komm. Alles mitnehmen. Sprich mit den Überlebenden. Ja, mach ich gleich. War hier nicht noch jemand da. Wieso? Topisches Kühlmittel? Nehmen wir mal mit. Gut, dann quatschen wir mal mit dem Überleben hier. Ey, hier gibt's doch Sauerstoff. Warum brauchen die eine Luftschleuse? Sarah, kommst du? Dann halt nicht. Die Spacer sind furchtbar. Absolut. Die Situation gerät außer Kontrolle. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Äh, das höre ich oft. Äh, du solltest deinem Leutnant danken. Er hat dafür gesorgt, dass ihr nicht sterbt. Was ist hier passiert? Die Spacer haben ein paar ihrer Schläger abgeladen. Ich konnte die meisten von uns in den Schutzraum bringen. Wir konnten sie vom Schutzraum abhalten, aber die Zeit war nicht auf unserer Seite. Dann seid ihr aufgetaucht. Hm. Du solltest deinem Leutnant danken. Das war Torres? Der ist so naiv. Aber okay. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Okay. Äh. Die Botaniker. Warum? Warum sollten die Spacer? Gibt es hier noch mehr, was ich mitnehmen kann? Oder darf? Wir sind jetzt in Sicherheit. Geh zum Leutnant. Ja, gut. Dann gehen wir zum Leutnant. So. Achso, wir müssen wieder aufs Schiff. Ich hoffe, Sarah schafft es rechtzeitig, bevor ich abhebe. Was ist denn das denn? Bitteres Messerblatt. Fauna, Flora, Ressourcen. Also hier gibt es auch Tiere. Immerhin. Sarah? Keine Ahnung, wo die jetzt steckt. Ich fände es aber schön, wenn die auch auf der Karte markiert wäre. Als blaues oder grünes Symbol. Beziehungsweise grün, äh, Begleiter. Und blau vielleicht Verbündete. Oder Leute, die nicht Feindliche sind. Und dann rot halt, ja. Rot halt dann die Feinde. Ich hab da was für dich. Oh, sie hat wieder was für mich. Was hat sie denn? Was hat sie für mich? Wo ist sie denn da? Du hast was Gutes für mich? Lass uns Ausrüstung tauschen. Dann zeig mal her. Ja, äh, zeig dir gleich. So, ich will von dir... Äh... Ich kann dir das einfach ab... So. So, Munition. Darf ich die was persönlich fragen? Hat sie da was Neues? Ne. Du musst los? Ja. Ich guck mal, ob ich jetzt den ganzen Rest hier auch nochmal einlagern kann. So, was ich hier jetzt habe, ähm... Ja, tatsächlich kann ich alles einlagern. Sonstiges... Ja. Gut, dann fliegen wir los. Zu... Torres. Und abheben. Auf und davon. Ah, dieses Abheben. Ich liebe das immer noch. Ich freue mich aber auch schon darauf, wenn wir irgendwann... Wir sind wieder im Orbit. ... ein richtig vernünftiges Raumschiff bauen können. Wenn wir auch Klasse C haben, dann richtig ausbauen, alles reinpacken können, was wir wollen. So, wie sieht's mit denen aus? Extreme Kälte Schnee. Maroni meinte, das Forschungslager wäre sauber. Ach, was würden wir nur ohne dich tun? Wahrscheinlich in irgendeinem Grab verwesen. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. Äh, das ist ein Heeresziel. Manchmal muss man den Schaden begrenzen. Verletzte können gegen einen eingesetzt werden. Der Exit tobt noch. Äh, wie lautet der Plan? Direkt zum Punkt, gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. Hm. Äh, ich stehe nicht unter deinem Fehl. Das sind ganz schön viele. Ihr haltet mich ziemlich auf Trab. Tja, als Marine ruht man sich nur im Grab aus. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben zwei Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Also starte dein schickes Schiff und leg los. Okay. Besiege Spacer im Orbit von Alter E5. Besiege Spacer im Orbit von Alter E1. Also Raumschiffe? Boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Raumschiffe zu zerstören. Nice. Okay, dann bin ich jetzt gespannt, wie ich die jetzt alle schaffen könnte. Was ist jetzt? Ja. Ich würde aber dann lieber hier noch einen hinpacken, hier noch einen und hier nochmal einen. Und... Alter E1, fangen wir Alter E1 an. Machen da die Schiffe platt. Mal schauen, wie gut wir uns da jetzt platt haben. Mal schauen, wie gut wir uns da jetzt platt haben. Hier? Hier, ja. Vertrieb ist ausgefallen. Ähm. Mein Schild ist auch kaputt. Also... Ähm. So, komm, 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 dreh dich! Ja, ja, komm, das schaffen wir. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, wo ist der? Der trinkt mich die ganze Zeit. Nice. Hammer geschafft. Warte mal. Hier, das können wir mal mitnehmen. Die hat den Credits auf jeden Fall mit dabei. So, komm. Das müssen wir jetzt hinkriegen, wenn wir den jetzt mitnehmen. Let's go. Und hier. Kriegen wir das Schiff vollständig repariert? Nein, nicht ganz. Gab aber gut Credits. So, Alte F5. Müssen wir auch noch hin. Und da machen wir jetzt die nächsten Schiffe platt. Komm, den schaffen wir. Sie können nicht mehr springen. Aber wo ist denn der da? Du bist geschichtet. Ja, den haben wir. Da haben wir ein Stufe 4 Schiff. Und was mit dem? Der ist noch Stufe 18, dann machen wir den zuerst. Der Stufe 4 kann uns, glaube ich, nix anhaben. Das ist ja super. So. Komm, ich will... Nice. So, wo ist denn der jetzt? Okay, einen Moment. Ich muss eben das da noch mit looten. So, 754 Credits. So, Alte F2 wieder zurück. Das fand ich jetzt nice. Ein bisschen Schiffskampf. Das ist, äh... Das ist mal eine gute Mission. Eine geile Mission. So. Wo muss ich hin? Da. Und landen. Also, die Mission gefällt mir, definitiv. Die fand ich nice. Mal ein bisschen Action, mal ein bisschen Spannung. Wasserstoff. Alles da. Oh. Okay, wenn die jetzt alle hier sind. Der scheint der Nächste zu sein. So. Einmal looten. Ich fand, ich finde die Mission jetzt mega. Auch mal ein bisschen Abwechslung hier. Da oben ist keiner. Ach, hier. So. Alles mitnehmen. So. Auch mitnehmen. Alles, was er hat. Midi-Pack. Oh. Guten Tag. Was? So. Meine Augen. Level 20. Nice. So. Auch alles mitnehmen. Oh, da landen welche. Ach komm, ich will hier hoch. Ja, da kommt Verstärkung. Okay. Die mach ich zuerst blatt. Und klau der ein Schiff. Was ist denn das für ein Schiff? Ah, nein. Den können wir nicht mehr klauen. Okay. 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 Hey, hier geblieben. Hat der wieder gelandet? Ich will jetzt ein Schiff haben. Unzugänglich. Also, alle erledigt. Ähm. Nein. Boah, ich hing da gerade kurz mit fest. Das wird doof. Hätte er mich jetzt mit, äh, in den Weltall gezogen. Und ich wäre dann, ja, verschollen. Im All. Jetzt müssten alle erledigt sein, ne? Okay. 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 So, die Herrschaften. Die Wissenschaftler hier sind gute Leute. Jeder Tote ist ein Verlust für uns alle. So viele Leute. Das ist der Preis eines Kommandos. Jede Entscheidung führt zu Blut. Kontrafaktisches Denken macht einen nur verrückt. Konzentriere dich auf das Gute, das wir getan haben. Hm, man darf nicht vergessen, was man verliert. Dank der Zusammenarbeit leben hier noch alle. Wenn man jeden Tag und, äh, bei jeder Entscheidung sein Bestes gibt, hat man nichts zu bereuen. Hm, ja, komm. Über manches kommt man nie hinweg. Dank euch ist Altair sicher. Ich hätte fast schon Lust, Freestyle zu schreiben, damit sie dir eine Medaille verleihen. Na, das wäre doch mal was. Die könnte ich direkt neben meinem Verdienstabzeichen tragen. Du könntest mir ein Kriegsgericht ersparen, wenn du mir nur dankst. Aber vielleicht willst du deine Medaille. Nö, ich ziehe gerade ein Stück Blech vor. Eine Anerkennung wäre schön, das bedeutet mir nicht viel. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich... Ich weiß nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wären unsere Rollen vertauscht gewesen. Aber ich vergesse dich nicht. Du bist jung und hast deine Zukunft noch vor dir. Ein kleiner Rat. Ich wurde schon unzählige Male nicht befördert, weil ich stets meinen Prinzipien gefolgt bin. Es gibt tausende Arten, mit denen die Befehlshaber einem Kompromisse abbringen wollen. Geh sie nicht ein. Deiner Karriere schadet es vielleicht. Aber ich blicke mit Stolz auf meinen Dienst zurück. Hm. Ich hätte dich nicht für einen Philosophen gehalten, Käpt'n. Nur wir beide... Nur wir können verstehen, was er sie kostet. Die Kommandeure bestimmt nicht. Wenn man nur auf Statistiken und Karten schaut, verliert man den Menschen aus dem Auge. Ich hoffe, wir stehen uns niemals auf dem Schlachtfeld gegenüber, Käpt'n. Falls es so kommt, erfülle ich meine Pflicht. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Soldaten, wird Zeit, Freestyle aus dem Weg zu gehen. Okay. Nochmal 300 Erfahrungen. 5.000 Credits bekommen. Nice. Okay. Das haben wir also durch. So. Gibt es hier noch ein paar Tote irgendwo? Die ich looten kann? Jo. Ja. Helm-Lieb-Ribroon. Habe ich den da schon? Ja, den habe ich. Okay. Haben wir alles erledigt. Einmal nachladen mit dem. Und wieder einstecken. So. Dann würde ich vielleicht mal gucken. Wir haben noch andere Quests. Das würde ich jetzt eher nicht machen. So. Mantis könnten wir mal machen. Oder die Pflicht ruft. Weiter Kommunikation. Komm, wir machen Mantis. Das hört sich irgendwie interessant an. Reise zum Geheimausposten auf Denebola IB. Gehen wir mal da hin. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Okay, sie hat wieder was. Sie beschenkt uns aber auch andauernd. Was hast du denn? Sarah? Hast du was für mich? Äh. Du hast doch gesagt, du hast was für mich. Oh, klar. Hätte ich fast vergessen. Dichtmittel. Nice. Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt habe ich wieder zu viel Last. Natürlich. So, aber... Ich hoffe, ich habe hier noch Platz. So, um... Das kann nicht mehr gelagert werden. Nein! So, was mache ich denn jetzt? Dann heben wir mal ab. Okay, es geht los. Okay, dann... Denebola... Fliegen wir mal dahin. Ah, okay. Dann können wir nicht einfach so dahin fliegen. Stufe 30 Gebiet. Ähm... Dann machen wir das mal ein andermal. Dann würde ich vielleicht... Nicht das hier nehmen, sondern... Komm, wir machen mal die Pflichtrufe. So, nach Chaiyan. Da kommen wir doch locker hin. Dann kommen wir doch noch... Wir sind am richtigen Ort. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Ja, Kraft aus dem Jenseits. Was? Wie gibt die Kraft auf Waschacki? Was? Kraft aus dem... Auf einem Planet gibt es eine große Anomalie, die zur Signatur eines Datafacts passt. Ich muss sie finden. Also, den haben wir auf jeden Fall. Kraftnahme umschalten. Hm? Ist das auf dem hier gefunden worden, oder wie? Ich glaube nicht, aber... Wir landen mal auf Wakila City. Ah ja, stimmt. Wir sind jetzt Level 20. Dann können wir jetzt eben auch nochmal hier irgendwo den Skillpunkt hinsetzen. Irgendwie erinnert mich Akila City an Neon. Die Reichen sind in der Mitte und die Armen am Rand. Okay. Okay. Ähm... Also, mich erinnert es irgendwie eher an so einer Westernstadt. So, da haben wir aber noch einen Verkaufsautomaten. Ich hoffe, der hat Geld. Damit ich mal die Waffen loswerde, die ich eingesammelt habe. Ja. Ja. 5.000 hat der. Ja. Equinox haben wir wieder sehr viele. Die haben wir auch wieder genug. Peacekeeper. Der sieht aber auch cool aus. Der braucht 11mm Schuss. Aber... Den packen wir mal weg. Den können wir aber hier nicht verkaufen. So. Warte mal. Den möchte ich nicht mehr als Favoriten haben. Ich verkaufe die hier mal unten. Nicht genug Geld. So. Ähm... Weg damit. Ich möchte ihn da raushaben. Dann mache ich das eben einmal mit den Äon. Und Äon wieder da rein. Dann ist der nicht mehr als Favorit. Der war... Hier. Eigentlich können wir den auch wegnehmen. Dann würde ich sagen, den... Orion. Packen wir mal da hin. Den nutzen wir gar nicht. Irgendwie brauchen wir den nicht. Der gefällt mir auch irgendwie nicht. Dann fangen wir mal. Wenn wir noch einen Händler finden. Hier waren noch Händler. Sam hat mir so viel über Aquila City erzählt. Ich habe das Gefühl, als hätte ich hier ewig gelebt. Ähm... Hitching Pose. Sieht aus wie eine Taverne. Ähm... Roland Arms. Da können wir Waffen verkaufen. Wenn du eine Waffe suchst, die kriegst du bei mir. Aber... Klar, Laredo baut gute Waffen. Aber wenn du aus verschiedenen Herstellern wählen willst, bist du bei mir besser aufgehoben. Ja, okay. Was hast du im Angebot? Ich will das nicht bereuen, okay? Äh... Oh, die hat... Die hat... Die hat gute... Gut Geld, sagen wir mal. So. Erstmal den weg. Komm, der kann auch endlich mal weg. Und der kann auch mal weg. So, dann haben wir fünf Waffen. Das reicht. Äh... Ruckel, ruckel. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Und fangen an für... Für das Freestyle mal ein bisschen zu arbeiten. Der Turm ist nicht gerade das Mest. Aber für einen Regierungssitz trotzdem recht imposant. Okay. So. Da vorne ist ja die, mit der wir reden müssen. Hey, hallo. Helga Dubray. Der Bürgermeister ist schon okay. Aber er hat oft eine rosa Brille auf. So, Emma Wilcox. Wolltest du zu mir? Ja. Der Marshal hat mich geschickt. Tja, wenn der Marshal dich geschickt hat, dann will er dich rekrutieren. Ich erkläre dir kurz, wer wir sind und was wir machen. Damit du weißt, worauf du dich einlässt. Die Freestyle Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestyle Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen Möchtegern-Bankräuber hinter Getter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Hm. Ähm. Das ist bewundernswert. Wie alle wirklich wichtigen Dinge ist es nicht immer einfach. Aber wir machen das Freestyle Collective ein kleines bisschen sicherer für alle. Daran glaube ich fest. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Hm. Ich weiß, was ich wissen muss. Also weiter. Wird die Arbeit bezahlt? Welche Befugnisse haben die Freestyle Ranger? Das schwankt immer. Weil Leute in Rente gehen, neue Rekruten dazukommen und leider auch mal jemand im Dienst stört. Aber soweit ich weiß, gab es nie mehr als ein Dutzend Ranger gleichzeitig. Hm. Hm. Welche Befugnisse haben die Freestyle Ranger? Naja. Theoretisch kann ein Freestyle Ranger im Freestyle Collective überall hingehen. Auch auf Privatgrund. Aber natürlich läuft das nicht immer so. Wenn wir Flüchtige jagen, sind wir auch Weisungsbefug gegenüber der örtlichen Security. Hm. Wird die Arbeit bezahlt? Gleich vorweg. Falls du reich werden willst, ist das hier der falsche Job für dich. Aber ja. Wir werden gelegentlich bezahlt, um die Spieße zu stecken und so. Hm. Ich weiß, was ich wissen muss. Also weiter. Ein wenig zu mir. Ich stelle sicher, dass jeder der Freestyle Ranger werden will, der Aufgabe auch gewachsen ist. Der Marshal hätte dich aber nicht hergeschickt, wenn er kein Potenzial in dir gesehen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den Freestyle Rangers beizutreten? Hm. Äh. Das ist eine wichtige Entscheidung. Du musst darüber nachdenken. Ich habe dem Marshal den Hintern geraten. Gib mir doch einfach direkt seinen Job. Seinen Job. Okay. Äh. Wie kann ich mich dann bewerben? Muss ich ein Formular ausfüllen oder so? Ich ziehe einer etwas praktischere Beurteilung vor. Wenn du beitreten willst, erzähle ich dir alles weitere. Okay. Machen wir mal. Es ist ein gefährlicher Job, aber ein wichtiger. Solange du deine Constellation Pflichten nicht vernachlässigst, habe ich damit kein Problem. Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich mich von deinem Können überzeugen. Du hast zwar schon bei der Geiselnahme geholfen, aber vielleicht war das einfach Glück. Weißt du was? Such dir einfach am Missionsterminal irgendeinen Auftrag aus. Wenn du lebend zurückkommst, reden wir über deine Aufnahme. Hm. So. Du wirst beeindruckt sein. Ich habe mich noch, äh, ich habe mich nicht schon bei der Gelben gewiesen. Können wir die Beurteilung nicht einfach überspringen? Ja, komm. Ich werde die Erfahrungspunkte. Dann würdest du mal aufbrechen. So. Da vorne haben wir... Okay. Hi. Hi. Annie Wilcox wollte mich mal nachts auf dem Heimweg verhaften. Haha. Die wird heftig, wenn sie mal erwachsen ist. Hm. Okay. So. Nehmen wir uns, äh, rette die Geisel. Töte Verbrecher-Gang-Anführer auf dem Planeten Westerlunaris. Töte gesetzlosen Käpt'n auf dem Planeten Arane 2b. Äh, Crimson-Fleet Käpt'n im Lunara-System. Ich würde einen von den beiden machen. Hm. Ja, komm. Machen wir das. Kann ich auch alle annehmen? Ich nehme mal alle an. Okay, dann machen wir uns dann mal auf den Weg. So. Mal gucken, was da jetzt rumkommt, wenn wir alle angenommen haben. Dann würde ich aber sagen, wir fangen mit der Geisel an. Äh. So. Rette die Geisel. Fangen wir damit an. Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht irgendwie, äh, schleifen dahin. Was? Was? Was wollt ihr jetzt? Warum quatschen mich immer alle an? Alle quatschen ja mich an. So. Direkt im Cockpit. Und abheben. Vorflugcheck abgeschlossen. Wir sind im stabilen Armut. Okay. Okay. Da müssen wir zuerst hin. Eridani. Geht das? Schaffen wir das? Wieso haben wir hier wieder... So. Ich hoffe, das ist jetzt auch eine Mission, eine Missionsreihe, die wir auch so schaffen. Was? Freestar Autobahn 1. Stufe 30. Macht Staub aus ihnen. Der Feind hat uns im Visier. Wir haben ihren Antrieb erwischt. So, komm. Den muss ich jetzt platt machen. So. So. Andocken. Ja. Wir können ihn jetzt klauen. Hoffentlich. So funktioniert das also. So. Einsteigen. Was war aber jetzt mit denen, dass die... Was war aber jetzt mit denen, dass die... So. Scheiße, was? Endlich habe ich dich! Ah! Und das mit Pesto! Die trauen sich aber was. Sei lieber gründlich. So. So. Gehen wir mal hoch. Ah, da sind die ganzen Leute. So. Ich glaube, die sind alle oben, ne? Tatsächlich. Die sind alle oben. Ah, auf der Etage ist aber keiner. Okay. Gehe ich nochmal eine Etage höher? Ich fange gegangen. Ah! Hier ist die Geisel. Aber hier sind irgendwo noch mehr Leute. gut. Ah! Hier geht's weiter. Ähm. Ups. So, komm. Du bist ein Nichts. Ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt gerade hatte. Kann ich das Schiff jetzt behalten? Ich hoffe, ich kann das Schiff jetzt behalten. Müsste ich jetzt eigentlich alle erledigt haben hier. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo eine Tür gibt. Hier gibt es noch eine. Aber hier ist niemand. Ich nehme alles zurück, was ich über die Ranger gesagt habe. Äh, befreien. So, und reden. Ich wusste, dass die Ranger kommen. Ich habe immer daran geglaubt. Äh, das war doch nichts. Ja, Ranger. Jetzt brauche ich erstmal eine schöne, lange Dusche. Danke. Jo, kein Thema. Du darfst aufstehen. Kann ich das Schiff jetzt? Kann ich es behalten? Danke nochmal. Du bist nicht befugt, dieses Schiff zu fliegen. Ah, okay. Gut, dann haben wir die Quest erledigt. So. So. Soweit erstmal ganz gut. Warum fuchtelst du in meinem Schiff mit einer Waffe rum? Hallo. Würdest du die Waffe einstecken? Hier sind Kinder anwesend. Okay, scheint ihr egal zu sein. So. Jetzt die Quest. Nächste. Ich würde dann das hier machen. Matrisieren gesetzlosen Ketten, verlassene Robotikanlage. Und dann die beiden, weil das beides Lunara System ist. Glaube ich zumindest. Sieht zumindest für mich danach aus, dass das Lunara sein soll. Mh, abdocken. Sieht schon interessant aus, das Schiff. Wir müssen einmal reparieren. Und. Ah, okay. Die fliegt jetzt weiter. Kraft aus dem Jenseits, Arane 1. Er wirbt die Kraft auf, warte. Äh, auf einem Planeten gibt es eine große Anomalyse, die zur Signatur eines Artefakts hinweist. Also hier soll irgendwo noch sowas sein, oder? Äh, genau, ich wollte zur Karte. Und dann landen. Landung im Gang. So, und verlassen wollen wir mal das Schiff. Okay. Extreme Umgebungskälte. Wie kalt ist das hier? Minus 198 Grad Celsius. Ja. Ist schon ein bisschen kalt dann. Wenigstens gibt es hier Aluminium. Ja, komm, ich will den scannen. So, und Helium muss es hier nur geben. Ups. Ja, da würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge eigentlich weiter. Und ballern direkt drauf los. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus. Und ciao. Ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Bis jetzt. Ich bin's, ich bin's. Ja. Ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020